Jo Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ein sehr wichtiges Video, was sich richtig viele Leute gewünscht haben. Und nämlich werde ich darauf eingehen, wie ihr für FNCS den besten Spot bekommt. Wie ihr wahrscheinlich wisst ja, demnächst von FNCS, es geht jetzt wieder los 2024. Auf jeden Fall ein Neuanfang für richtig viele Spieler. Und ganz entscheidend, was ihr schon vor FNCS machen müsst, ist eben den richtigen Spot finden für das Turnier. Und genau dabei werde ich euch eben heute helfen. Ich sehe auch immer auf Twitch und so richtig viele Leute fragen, was ist der beste Spot, welchen Spot kannst du empfehlen. Egal ob es jetzt für Duo oder für Solo ist. Und grundsätzlich, man muss erstmal sagen, es gibt nicht so den einen perfekten Spot. Weil ich meine, würde es den geben, würde hier einfach jeder landen. Aber ich werde euch in diesem Video zeigen, wie ihr eben den perfekten Spot für euch herausfinden könnt. Wie ihr auch feststellen könnt, welcher Spot vielleicht zu eurer Spielweise passt. Und dann werde ich euch auch zeigen, wie ihr euren Spot am besten prepared, sodass ihr eben nie Osborn stirbt, den besten Loot habt. Am besten jede Runde eben Endgame ausspielen könnt. Das ist nämlich richtig wichtig, weil vor allem bei FNCS, es wird stacked. Die meisten Punkte gibt es ja im Endgame. Von daher müsst ihr eigentlich mal hin, dass ihr Early Games stirbt. Und dabei hilft euch eben dieses Video. Ich selber habe mich seit Anfang 2022 für jedes FNCS Finale qualifiziert. Und so etwas ist eben nur möglich, wenn man richtig konstant spielt. Und dazu gehört eben auch, den perfekten Gameplan zu haben. Und jeder Gameplan fängt natürlich mit dem Early Game an. Daher Freunde, setzt euch irgendwo gemütlich hin. Und vertraut mir, schaut einfach dieses Video jetzt bis zum Ende. Es sind 10, 15 Minuten. Ihr werdet so viel lernen, wie ihr wahrscheinlich nirgends so auf YouTube lernen könnt. Weil vor allem im deutschsprachigen Bereich, ich bin ehrlich, vielleicht der Einzige, der solche Tipps liegt. Von daher, macht es euch gemütlich. Spitzt eure Ohren. Und es geht direkt los mit dem Video. Wenn ihr jetzt auf der Suchseite habt, einen Spot für FNCS. Die erste Website vorhin gehen müsst, ist eben Fortnite GG. Und hier könnt ihr nämlich links alle Sachen einstellen. Das heißt, wir können zum Beispiel Chests öffnen. Floor Loot, Ammo. Und auch solche Sachen wie Vending Machines und Pads. Also richtig viele Sachen, die euch eben helfen, den perfekten Spot auszuwählen. Weil ich meine, vorher ist, muss man natürlich erstmal überlegen, was erwartet man von seinem Spot. Also was sind quasi die Kriterien, die ihr für einen Spot haben könnt. Ein paar Sachen, die auf jeden Fall wichtig sind, sind erstens natürlich der Loot. Dazu gehört dann so etwas wie die Anzahl der Kisten und auch die Anzahl an Floor Loot. Dann zweitens die Matts. Dort zum Beispiel ist es eigentlich sehr wichtig, dass ihr aus Metall achtet. Weil ich meine, Wood und Brick findet ihr eigentlich überall auch noch im Mid-Game. Aber mit Zeit ist es natürlich viel seltener, deswegen soll ich da auf jeden Fall darauf achten. Dritte Sache ist eben die Position auf der Map. Weil ich damit meine, ob man natürlich easy rotieren kann von dort aus. Ob jetzt der Spot in der Mitte ist, ob der Spot am Edge ist. Oder natürlich auch so etwas wie, ob es jetzt hier Pads gibt. Zu Position wird jetzt auch gehören, ob zum Beispiel ein Falkasturm in der Nähe ist. Oder irgendwie so etwas wie ein Medaillon. Und der vierte Punkt ist der Spot Contested? Also man kann nicht für jeden Spot so abwägen, wie viele Teams dort landen. Aber der letzte Punkt ist sehr schwer einzuschätzen. Weil das kann man eigentlich erst wissen, wenn man echt öfter auf den Spot landet. Und die Erfahrung eben in den Turnieren sammelt. Aber ich meine, ob der Spot Contested ist, ergibt sich meistens aus den ersten Punkten. Weil ihr könnt eigentlich so sagen, desto mehr Loot auf einem Spot ist, desto mehr ist der Spot natürlich auch Contested. Das ist ja eigentlich relativ logisch. Okay, gehen wir auf den ersten Punkt ein, das ist der Loot. Jetzt für Duos. Ihr solltet eigentlich mindestens 20 plus Kisten haben. Vor allen Dingen, weil es ja nur eine 50% Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Kisten spawnen. Das heißt, am Ende eurer Loot-Route wollt ihr im Idealfall ungefähr 20 Kisten abklappern. Dann wollt ihr am besten so 30 bis 60 Floor Loot haben. Und ja, und Ammo-Boxen sind eigentlich relativ egal. Also darauf achte ich jetzt zum Beispiel eigentlich nie. Das sind natürlich auch nur so Richtwerte. Und wir schauen jetzt einfach mal ein paar Beispiele an. So, ich aktiviere mal die Kisten. Ihr seht ja schon so etwas wie zum Beispiel Ruined Wheels. Hat nur 23 Kisten. Und auch noch 55 Floor Loot, da haben wir ein relativ guter Spot. Aber was natürlich so krass macht, ist natürlich die Position, das Ganze in der Mitte ist. Das macht den Spot quasi schon wieder viel besser. So, ich meine, mit diesen Richtwert könnt ihr jetzt ungefähr abschätzen, wie gut euer Spot ist. Oder ihr könnt so eben auch einen Spot herausfinden. Aber ich denke jetzt also irgendeinen Spot hier bei Fortnite GG zu finden, der relativ viel Loot hat. Kann auch irgendein Split-Up sein. Ist ja noch relativ einfach. Der viel wichtigere Part ist jetzt eben, wie ihr jetzt den Spot vorbereitet. Sodass ihr eben immer Ausbauern gewinnt. Und ich denke, dabei kann ich euch eben als Pro helfen, was viele andere euch nicht machen können. Also, wie geht ihr jetzt am besten vor, damit ihr eben garantiert Ausbauern überlebt. Und eben auch den ganzen Loot in den Turnieren kriegt. Ich mache das Ganze jetzt mal am Beispiel von Lavish Lair. Aber die Methode, die ich jetzt anwenden werde, könnt ihr eigentlich auch auf jeden Spot anwenden. Also, das müsst ihr dann für euch selber quasi für euren eigenen Spot machen. Ihr seht schon, Lavish Lair erstmal hat nur 25 Kisten. Das ist jetzt nicht so viel, ich meine, wenn ihr vergleicht. Wreckless Railwise hat so 40+. Oder Snooty hat sogar 60+. Aber dafür gibt es ja richtig viel Floor Loot. Und das macht Lavish Lair immer noch zum einen der besten Spots auf der Map. Vor allen Dingen, weil es dort ja eben auch das mythische Medaillon gibt. Und eben die mythische Drum Shotgun. Also, ihr seht schon richtig oft. Was für mich immer so ein Zeichen ist, dass Spots wenig contested sind. Ist eben, dass dort relativ wenige Kisten sind. Dafür aber viel Floor Loot. Weil vertraut mir, 95% der Leute werden nie hier links auf Floor Loot gucken. Und schauen, wie viel Floor Loot auf ihren Spot ist. Obwohl Floor Loot eigentlich so wichtig ist. Vor allem, um so etwas wie Grappler zu finden, welche richtig oft bei Floor Loot eben sind. Okay, jetzt aber zu Schritt Nummer 1. Okay, jetzt aber zu Schritt Nummer 1. Ihr machen wollt bei eurem Spot. Und das eben herauszufinden, wo genau ihr landen wollt bei eurem Spot. Das heißt, dort schaut ihr am besten echt auf die Kisten. Und guckt einfach mal, welche Seite vom Spot quasi die beste ist. Hier aber kann ich jetzt erkennen, okay, die Kisten außen herum. Da würde es ja auf jeden Fall nicht lohnen zu landen. Das heißt, ihr wollt irgendwo in der Mitte landen. Ich meine, hier könnt ihr ja schon sehen. Jetzt geht einmal so diese linke Seite. Und einmal quasi die rechte Seite vom Haus. Jetzt hier quasi Rot gegen Blau. Also das ist ja so etwas abgetrennt. Und hier hat man 11 Kisten. Das sind auf der anderen Seite nur 9 Kisten. Das heißt, tendenziell ist schon mal die linke Seite etwas besser. Jetzt, wenn ihr das herausgefunden habt, könnt ihr auch mal auf den Floor Loot schauen. Ihr seht schon, okay. Links ist tendenziell sogar auch mehr Floor Loot. Also hier 31 und 18. Rechts 23, 9. Aber ich meine, der Floor Loot ist jetzt relativ leichtmäßig verteilt. Seht ihr auch, wenn man weiter heranzoomt, ist auch viel hier so in der Mitte. Aber ich denke vor allem jetzt, man kann es schon erkennen, links, links, links auf jeden Fall mehr ganz als rechts. Das heißt, nachdem ihr das alles abgecheckt habt, könnt ihr euch mal im Kopf schon mal so denken, okay, ich würde jetzt eher links auf der blauen Seite landen. Der nächste Schritt, der richtig wichtig ist für euren Early Game, ist eben zu schauen, wo es Mets auf eurem Spot gibt. Weil vor allem im Early Game haben richtig viele Leute wenige Mets. Daher kann das eine entscheidende Rolle spielen. Und teilweise lohnt es sich dann sogar, dort zu landen, wo viele Mets sind. Auch wenn dort vielleicht ein paar weniger Kisten sind. Also man kann jetzt noch nicht final sagen, ob die rechte Seite, die rote Seite oder eben die blaue Seite besser ist. Und dafür müsst ihr echt einfach einmal ingang gehen und bei eurem Spot landen. So, das heißt, markiert euch, wo ihr landen wollt. Ich will jetzt hier landen. Dann schauen wir einfach mal, wie viele Mets dort so jeweils sind. Wenn ihr einen Crater Code habt, benutzt auf jeden Fall auch einen Crater Code und geht in ein Custom Lobby rein. Ich selber habe jetzt keine Custom Lobby, deswegen gehe ich in meinen Public oder Ranked rein. Aber ja, also bei einem Crater Code ist es eben viel chilliger, weil ihr da einfach keinen Gegner habt. Aber ich denke, die meisten von euch haben eben auch keinen Crater Code. Aber man kann es auch einfach genauso gut in einer Public Lobby machen. Da ist gar kein Problem. Okay, das heißt, ihr fliegt für eure Seite schon mal an. Ihr seid jetzt lucky, dass niemand bei mir landet. Ich glaube sogar ehrlich, der ist richtig oft uncontested, auch in Turnieren. Aber das ist nur so eine Vermutung. Das heißt, wir landen links, Leute. Erst einmal schauen, wo könnten wir jetzt so landen. Hier ist jetzt ein riesiges Haus. Das heißt, bei diesem Spot macht es wahrscheinlich Sinn, dass man eher oben landet. Generell bei Häusern sollte man eher oben landen, dass man eben auch direkt Highgons hat. Dann könnt ihr mal so einen groben Überblick von eurem Spot bekommen eben. Ich seh zum Beispiel hier sind ja die zwei Floors Bonds. Darauf könnte man schon mal landen. Hier der Turm. Zum Beispiel hier die Mets. Ihr seht schon, so etwas hier gibt es einfach 30 Metall. Das ist jetzt zwar für das Old Game nicht ausschlaggebend, aber könnt ihr euch jedenfalls auch schon mal merken für später. Und dann echt, sobald ihr in dem Spot seid, testet es einfach mal aus. Also ich mache es meistens so. Ich schlage einfach mal gegen alles, was es so gibt. Und manchmal werdet es echt überrascht sein. Es gibt einfach so Sachen, die mehr wie so random 100 Holz oder 100 Steinen, wo man es gar nicht erwarten würde. Dann werdet ihr, das macht ja auch schon so ein Gefühl für euren Spot, wo eben der ganze Loot ist. Das kann auch weiterhelfen. Ich suche jetzt mal eben, ob es hier irgendwo so P-Mets gibt. Okay, also wenn ihr hier eigentlich alles gegensteckt, ihr seht schon, die Möbel hier geben jetzt nicht so viel Material. Der Ofen hier zum Beispiel, 12 pro Hit, das ist eigentlich relativ stark. Der hat jetzt 60 Metall gegeben. Also generell eigentlich alles, was so mehr als 10 Materialien pro Schlag gibt, kann man so als gute Materialien quasi einordnen. Oder als schnelle Materialien. Dann schauen wir natürlich auch mal auf der rechten Seite vom Haus. Ihr seht ihr jetzt schon, beim roten Bereich kann man so sagen. Hier ist auch wieder so ein Kamin, der ist relativ gut. Aber sonst, also ich habe jetzt hier fast alles einmal so angehauen. Es gibt eigentlich fast nichts, so richtig starke Mets. Außer jetzt diese Möbel geben alle so 5 Holz. Das ist halt eben in Ordnung, aber jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend. Gut, jetzt außenrum diese Sachen hier, diese Bücher sind auch nicht so mega stark. Aber ich meine, diese Bücher verlaufen ja auch überall. Also die hat quasi jeder, egal wo er landet. So, das heißt, die Materialienanalyse hat quasi ergeben, okay, es gibt überall ungefähr gleiche Mets. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Stelle hier, die so richtig OP ist und richtig viele Materialien gibt. Obwohl ich tatsächlich, ich sehe gerade hier, diese Ränder vom Dach, die geben eigentlich ganz gut Stein. Ihr seht schon, 11 pro Hit, das ist eigentlich echt stark. Ich habe jetzt schon kein Brück. Ich meine, diese Dinger gibt es sowohl da oben als auch, okay, die sind nicht so gut. Diese Dinger gibt es komplett oben. Das heißt auf jeden Fall, High Gaunt wird sehr OP sein, wenn ihr hier Early Game Fightet. Das ist natürlich generell sehr stark, aber hier wird es nochmal besonders stark, weil eben hier diese Mets richtig schnell farmen könnt. Weil generell lässt es natürlich sagen, die Early Game Fights hier werden wahrscheinlich so, ja, werden wahrscheinlich so etwas Boxfight mäßig sein. Es gibt ja hier eben so ein riesiges Haus, wo wahrscheinlich alle Fights drin stattfinden. Das heißt, dieser Spot hier wäre quasi ideal für so jemanden, der gut Boxfighten kann. Oder auch für jemanden, der so gute Awareness hat und so stark ist in so Sneak Plays. Ich vertraue mir, wenn ihr hier so ein Haus seht, die Early Game Fights, auch welche ich noch nie erlebt habe. Die werden so sein, irgendwer sneakt hier so auf der Treppe, irgendwer kämpft dann auf einmal hinter der Tür oder so. Wenn irgendwer solcher Fight sein oder solche Boxfight, wo man irgendwie so ganz viele Metallboxen macht und dann nach hinten wegrennt. Das heißt, angenommen, ihr seid jetzt so richtig krasse Boxfighter und ihr könnt eben genau das gut, dann wäre der Spot auf jeden Fall für euch gut. Das ist nämlich auch ein sehr wichtiger Punkt, den viele Leute nicht verstehen. Ihr solltet auch einen Spot nämlich quasi auf die Stärken von euch anpassen. Weil ich damit sagen will, ihr sollt quasi wissen, worin ihr gut seid und dann auch auf einen Spot landen, der eben eure Stärken quasi fördert. Das heißt, bei Level steht leer, wenn jetzt Leute im Vorder quasi gut Boxfighten können. Weil wenn ihr jetzt richtig schlechte Boxfighter seid und ihr irgendwie solche Typen seid, die gut irgendwie Beams mit der Air holen können, ist hier das Spot natürlich richtig schlecht, weil ich meine, ich kann jetzt in diesem Haus ja drinnen nicht richtig krasse Beams holen. Dann wird ihr wahrscheinlich eher bei so etwas wie Reckless Railways landen, weil hier seht ihr schon, die Häuser sind mehr so voneinander entfernt. Und hier sind eher die Fights so etwas auf einem größeren Raum, wo man so Angles holen muss. Ihr solltet euch auch überlegen, ob ihr besser seid in Fights mit wenig Matts oder eben besser seid in Fights mit vielen Matts. Also hier vor allem Ding, weil eben alle Teams wahrscheinlich in diesem Haus landen werden, werden die Fights oftmals sehr schnell sein, weil man ja quasi direkt nebeneinander landet. Aber angenommen, ihr seid jetzt richtig schlecht in so Fights jetzt auch mit null Matts oder in so Fights mit wenig Matts, dann ist die POI wahrscheinlich auch nichts für euch. Dann solltet ihr eher so eine POI wählen, wo man erstmal etwas farmt und dann quasi fightet. Das könnte zum Beispiel so etwas wie Hazy Hillside sein, weil ich meine angenommen, ihr landet jetzt auf der rechten Seite und das Gegnerteam auf der linken Seite könnt ihr ja erst viele Matts farmen und fightet, dann erst die Gegner. Und dann wäre eher so ein Realistic Fight, der vielleicht auch einem Creative 2-2 erinnert. Also ich selber zum Beispiel bin kein so mega guter Boxfighter, deswegen würde ich jetzt hier auch in Level Schlieren nicht landen. Ich denke auch generell, solche Städte, wo man viel Box fightet, ist eigentlich nicht so gut, weil da können die Fights oft lange dauern und das ist natürlich ein Nachteil. Weil das Ziel ist quasi, dass ihr auch einen Early-Game-Fight so schnell wie möglich beendet, dass ihr entweder richtig schnell in ein neues Game reinkommen könnt oder eben schnell die Gegner holt und dann euch den besten Loot sammeln könnt. Also ich bin jetzt eher so ein Spieler, ich bin gut in 50-50 und ich bin auch gut in so Fights mit wenig Matts. Das heißt auch bei so einem PGI wie Hazy Hillside würde ich eher nicht landen, weil dort ja wie eben gesagt die Fights wahrscheinlich etwas größer werden. Das heißt ganz klassisch, Spots, die ich jetzt am besten finde, sind eben so Spots, wo man 50-50'd oder eben richtig schnell fightet. 50-50 Spots sind meistens die Spots, wo man quasi nur auf einer Truhe landen kann. Zum Beispiel Level Schlier wäre jetzt kein 50-50 Spot, weil ich meine hier könnte man immer noch links landen oder eben rechts. Ich meine auch wenn jetzt links eben mehr Kisten sind, ihr versteht ja wahrscheinlich selber, wenn ihr jetzt rechts landet, habt ihr trotzdem noch Loot und könnt den Fight theoretisch gewinnen. Vor allem weil es ja nur eine 50%ige Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Kisten da sind. Und es natürlich auch RNG ist, was für Waffen aus den Kisten rauskommen. Im Vergleich dazu wäre es so ein gleicher 50-50 Spot. Zum Beispiel der Split-Drop hier unten, wo glaube ich auch Kami und Setti landen, wenn ich mich nicht täusche. Weil ich meine hier, man kann nur auf dem Haus landen und diejenigen, die eben den besten Drop haben für das Haus, werden Offspawn gewinnen. Und hier werden die Fights natürlich eher so sein, dass man wenig Bats hat und direkt, direkt fightet nach dem Landen. Das heißt, solche Spots finde ich eben besser für meine Spielweise. Aber ihr müsst natürlich selber wissen, was für eure Spielweise am besten ist. Sehr wichtig, vor allem wenn ihr auf einem 50-Spot landet, ist eben, dass ihr natürlich die perfekte Drop-Map habt, damit ihr auch als erster ankommt. Und vor allem, weil die Drops so eine reine Übungssache ist, ist das für mich sehr gut, weil ich eben sehr viel grinde und auch hart practice, habe ich dann meistens quasi einfach einen Vorteil aufspawn. Weil vertraut mir, passt niemand in die EU. Und vor allen Dingen, alle Spieler, die nicht mal so zerpundert sind, die practice nicht ihre Drops, die werden nie perfekte Drops haben für einen Spot. Tatsächlich, wenn ihr die besten Drops habt, habt ihr schon so einen riesigen Vorteil. Wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr eben die perfekten Drops für einen Spot kriegen könnt und wie man selber einen Drop-Map erstellen kann, dazu habe ich schon ein Video gemacht vor ein paar Wochen. Das verlinke ich euch mal in der Bio. Ihr könnt das nach dem Video auf jeden Fall auch gerne anschauen. Ist sehr wichtig und auf jeden Fall auch fundamental für ein gutes Auspawn. Okay, nachdem ihr jetzt also ausgemacht habt, wo ihr landet, solltet ihr auch einen Kopf schon mal so abspielen, wie die Fights wahrscheinlich verlaufen werden. Und jetzt wieder ein Beispiel von Levelschleer. Wenn wir jetzt herauskommen, wir landen links. Da links sind einfach ein paar mehr Kisten und auch mehr Floor-Loot. Und von den Metzen macht es ja eben keinen Unterschied. Das heißt, die Gegner landen wahrscheinlich auch links oder eben rechts. Wenn die jetzt auch links landen und ihr mein Drop-Map-Video geschaut habt, werdet ihr die Gegner wahrscheinlich auch droppen, einfach eine Waffe holen und ihr habt den Fight gewonnen. Aber ich meine, wenn die jetzt eben rechts landen, müsstet ihr die dann nachher quasi fighten. So, das heißt, wir landen jetzt hier auf der linken Seite. Wir sagen jetzt mal, ein gegnerisches Duo landet hier auf der rechten Seite. Euer Ziel ist auf jeden Fall, richtig schnell zu looten. Ihr solltet euch im besten Moment an ein Duo-Mate absprechen, wer welche Kisten holt. Dazu müsst ihr einfach mal zu zweit in ein Game reingehen und das eben kurz planen. Das dauert auch echt nicht so lange. Vielleicht so fünf bis zehn Minuten. Und dann das A und O, um Early-Fights eben zu gewinnen, ist, dass ihr High-Ground habt. Das heißt, hier ist jetzt perfekt, dass ihr eben sofort hier hochgeht, auch so nach vorne im Haus. Und dann Sache Nummer eins, ihr solltet immer scouten, wo die Gegner sind. Weil vor allem im Early-Game, ihr habt keine Lust, irgendwie abgekämmt zu werden und das machen richtig viele Leute. Deswegen verschafft euch erstmal einen Überblick, wo die Gegner sind. Oftmals sind auch so Gegner so am Rand, zum Beispiel da oder die würden dann vielleicht da landen. So etwas gibt es natürlich nur seltener, weil dort ist fast gar keine Kisten. Aber ich bin ehrlich, in Cups, es gibt immer so verrückte Leute. Die landen irgendwie auf zwei Kisten und wollen dann Third-Party. Das heißt, wenn ihr einmal quasi drumherum guckt, könnt ihr diese Gegner schon sehen. Dann, sobald ihr eigentlich High-Ground habt, versucht ihr runterzuloppen und jetzt irgendwelche Angles zu kriegen. Hier zum Beispiel, ich kann das ja mal machen, Digga, ich bin jetzt im Rank gerade drin. Hier ist ein Gegner sogar, ganz zufällig. Ihr doppt runter, ich versuche etwas zu sneaken, sodass die Gegner eben nicht genau wissen, von woher er runterdoppt. Ihr seht schon, den zum Beispiel, ich konnte ihn einfach überraschen. Der hat nichts gecheckt. Weil vor allem, wenn ihr eben von oben kommt, habt ihr so die Kontrolle und die Übersicht über das Gebäude. Und könnt dann eben die Gegner eher überraschen, als dass die euch überraschen von Logan aus. Also hier ist jetzt noch ein Gegner und der weiß eben gar nicht genau, wo ich bin. Also hier versucht, irgendwo so einen Angle zu kriegen. Oftmals auch so durch Fenster, kann ich sagen, sehr OP. Er zum Beispiel sneakt hier rein und der weiß gar nicht, dass ich reingesneakt bin. Er denkt vielleicht immer noch auf dem Dach. Und zack, ich habe schon einen 20er Hit, um den Fight anzufangen. Ist jetzt zwar nicht perfekt, aber ist natürlich schon ganz gut. Und ja, ich meine, ab dann müsst ihr einfach nur fighten. Entweder seid ihr ein guter Fighter und gewinnt eben. Oder seid ihr ein schlechter Fighter und verliert. Ab dem Zeitpunkt, weil ihr quasi euren Early Damage geholt habt. Ja, kann ich euch auch nicht mehr weiterhelfen. Da müsst ihr einfach gute Fighter werden. Dazu könnt ihr auch meine Fighting Masterclass von letzter auch anschauen. Die kann ich euch sehr empfehlen. Die hilft sowohl in den Early Game Fights, als auch in den Mid Game Fights. So, dann die nächste wichtige Sache, die ihr auf jeden Fall vor eurem Turnier planen müsst. Jetzt haben wir einmal quasi den Loot. Wir haben die Fights. Ist jetzt eben die Rotation. Wenn ihr eure Rotation schon vorher geplant habt, habt ihr ingame eben viel weniger Stress. Weil ihr wisst schon, wie ihr rotiert. Für jede Zone quasi. Und dann könnt ihr quasi eure Aufmerksamkeit mehr auf Awareness achten und auf andere Sachen. Weil ihr eben die Rotation einfach schon wisst. Ich kann nicht versprechen, dass ihr euch so viel Arbeit quasi abnehmen. Und solche Dinge, wenn ihr solche Dinge schon plant, kann das eben auch helfen, dass ihr weniger nervös seid. Weil viele Leute haben ja auch Probleme mit der Nervosität und so weiter in Cups. Und da ist echt, ihr müsst einfach, geht auch sofort in der GG und markiert einfach, wie ihr rotieren wollt. Also oftmals könnt ihr auch so rotieren, dass ihr quasi nach Oerliga nochmal extra Loot bekommt. Jetzt zum Beispiel jetzt, man könnte hier Richtung Gas Station gehen, aber nochmal drei Kisten und dann hier runter. Vor allen Dingen, weil hier ist ja auch ein Berg. Da könnte man dann chillen. Oder ihr geht irgendwie hier hin und versucht das ja noch, den Loot noch zu holen. Ist vielleicht manchmal an Contest, manchmal auch nicht. Und dann chillt ihr irgendwie, keine Ahnung, hier auf der Brücke oder so. Oder hier oben auf dem Berg, wo ja sogar ein Vorkausturm ist. Also das.